hallo und herzlich willkommen zu einer neuen show von emma live 2015 ja ich weiß ihr habt euch alle gefreut auf die 2015 tour von emma und da ist sie bevor du singst haben wir ein paar fragen aber begrüßt erst mal hallo danke dass ihr euch so gefreut auf meine tour 2015 und ja also ich habe eben ich war bei american eine habe ich gewonnen okay wie es denn freud hey er heißt tory und was ist eine so ist es eine gute beziehung ja eigentlich schon er ist eben bloß am wochenende halt immer weg weil er auch was das war dein erstes lied das du gesungen hast dann muss ich aber scharf überlegen ich glaube das war keine ahnung da musste ich erst wieder gucken okay ich verrate euch am schluss der tue wer ist dein vorbild oder war dein vorbild eigentlich so eigentlich meine service okay ja und du kannst eigentlich jetzt anfangen zu singen okay bis zum nächsten mal That's a good season. Untertitelung. BR 2018